Der No-Shift-Challenge in Skywars ist ein bisschen kritisch so und... Digger, will der Typ sterben oder was? Ich weiß halt genau, was der machen wird. Heil! Easy! So, ich bin... schon wieder back in Beats-Needs und ich hab gerade mein Pullover als Morsepad benutzt. Das ist auch gut, wie ich hörte. Ich muss sagen, ich wollte heute Abend eigentlich Englisch-Vokabeln lernen, aber ich muss sagen, man muss die Prioritäten ja auch einfach einmal richtig setzen. Ich weiß noch, letzten Montag wollte ich ja auch Vokabeln lernen, da war mein neues Handy interessanter. Jetzt muss ich einfach aufnehmen, weil das hat ganz klar Priorität. Ja, also ich muss sagen, Prioritäten schon richtig gesetzt, aber ich muss sagen, ich habe noch Hoffnung, dass wir morgen doch kein Vokabeltest schreiben, weil wir sollten den eigentlich letzte Woche Dienstag schreiben, dann hat sie den auf Mittwoch verschoben, dann hat sie den auf Donnerstag verschoben, dann hat sie den auf Freitag verschoben, dann hat sie den auf morgen verschoben. Ich bin mal gespannt, wie lange die Frau das noch weiter macht, aber das macht die sehr gerne. Das hat die bei der Sitzordnung ähnlich gemacht, nur über zehn Wochen länger. Das mit der Sitzordnung war aber auch ein Krampf, dass die Trollhada endlich mal geschissen bekommt. Die gehen noch lower, kann man auch nicht spielen, aber okay, HGW. By the way, ihr könnt mal ultra gerne auf meinem Twitch vorbeischauen. Da gibt es Almost Daily Streams. So wie lange die Gäste der mir öffnen sind, in Lind sucro, und und in No riversThank. Das war jetzt auch zu mir, wenn ich mal noch nie bin, wie sie sind Das ist ja nicht so, nein, mach ich mal, oder? Ja, ich will nicht mehr ausgehen, wenn ich von außen Weil, wenn ich noch nie bin, wie sie sind Wer von euch will ich sagen, ich bin vor, ich bin sehr krass, ich bin so, 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 ich bin so Ich bin so, 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 ich bin so Outro